Im Schnitt kannst du mit deiner Steuererklärung 1072 Euro an Steuern zurückbekommen. Mehr als die Hälfte derjenigen, die eine Steuererklärung abgegeben haben, nämlich 57%, bekommen zwischen 100 und 1000 Euro. Das bedeutet, auch wenn du nicht verpflichtet bist, deine Steuererklärung abzugeben, lohnt sich trotzdem der Aufwand. Deine Steuererklärung kannst du entweder selbst über das Portal ELSTER einreichen, das ist komplett kostenlos, oder bedienst dich einer von sehr vielen Steuersoftwares, die dir den ganzen Prozess erleichtern. Diese Softwares kosten zwischen 15 und 40 Euro, können dir jede Menge Zeit sparen und erhöhen die Chance, dass du etwas mehr Steuern vom Finanzamt zurückbekommst. Deswegen haben wir uns diese Softwares einmal genauer angeschaut und in diesem Video miteinander verglichen. Viel Spaß bei diesem Video. Hi, mein Name ist Thomas von Finanzlos und heute haben wir ein kleines Sondervideo für euch, denn es ist ja mal wieder Steuersaison, ihr könnt wieder eure Steuererklärungen abgeben. Und dazu wollen wir euch ja wie jedes Jahr ermutigen, denn im Schnitt bekommt ihr, auch wenn ihr ganz normale Arbeitnehmer seid, ohne Verpflichtung eine Steuererklärung abzugeben, in aller Regel Geld zurück. Auch im letzten Jahr hat Markus ja bereits Steuersoftwares miteinander verglichen und diesen Vergleich haben wir auch dieses Jahr noch einmal wiederholt. Aber starten wir zunächst einmal mit der Frage, warum überhaupt eine Steuersoftware? Zunächst einmal ist eine Steuersoftware absolut kein Muss. Es gibt eine kostenlose Software, die das Finanzamt direkt zur Verfügung stellt. Die heißt Elster und auch hier haben wir schon mal ein Tutorial gemacht, wie ihr selbst eure Steuererklärung über Elster einreichen könnt. Das findet ihr hier oben auf dem i nochmal verlinkt. Da Elster aber nicht die nutzerfreundlichste Software gibt, gibt es andere Lösungen am Markt, die dich per Interviewprozess durch diese Formulare führen und diese Daten dann schlussendlich für dich bei Elster einreichen. Damit ist zunächst einmal die Nutzeroberfläche freundlicher und diese Softwares dürfen dir auch noch Tipps und Beispiele nennen, was bei Elster nicht der Fall ist. Die Softwares stellen sich auf deine persönliche Lebenssituation ein und geben dir an verschiedenen Stellen Tipps, wo du noch Steuern sparen könntest. Hättest du zum Beispiel daran gedacht, Teile deiner Handyrechnung abzusetzen oder die Nebenkosten deiner gemieteten Wohnung teilweise mit abzusetzen? Das sind solche typischen Tipps, die dir die Softwares geben können und dich dann an der Hand nehmen, um die entsprechenden Daten zusammenzutragen und dann schlussendlich an Elster und somit das Finanzamt zu übermitteln. In diesem Jahr ist es übrigens schon möglich, dass ihr eure Steuererklärung für das Vorjahr 2022 abgebt. Hier in dieser Tabelle blenden wir euch nochmal die Abgabefristen ein, also bis wann ihr für welches Jahr spätestens noch eine Steuererklärung einreichen könnt. Wenn ihr es für die letzten Jahre noch nicht getan habt, ist es noch nicht zu spät. Wenn ihr euch sowieso schon an die Steuer ran macht, kann es sich ja lohnen, eine Software zu kaufen und dann gleich für mehrere Jahre gleichzeitig einzureichen und vielleicht nochmal deutlich mehr Rückerstattung zu bekommen. Gehen wir einmal den Vergleich. Das sind die zwölf Softwarelösungen, die wir miteinander verglichen haben. Das sind noch lange nicht alle. Es gibt noch viel mehr auf dem Markt, beispielsweise noch eine Steuersoftware direkt von Lidl. Aber sehr viele andere Lösungen basieren auf einer dieser zwölf Softwares. Deswegen haben wir uns mal auf diese beschränkt, denn die sind auch die bekanntesten. Hier noch ein wichtiger Hinweis für den Vergleich. Die Preise und die Konditionen sowie die Funktionalitäten der Softwares können sich natürlich ständig ändern. Dieses Video allerdings nicht. Deswegen haben wir hierfür auch eine umfangreiche Vergleichstabelle auf unsere Webseite gepackt. Die findest du auch nochmal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und dort halten wir die Daten immer auf dem neuesten Stand. Gleich schauen wir uns diesen Steuersoftware-Vergleich auf unserer Webseite aber auch nochmal gemeinsam an. Kommen wir jetzt mal zur Frage, wie sich diese Softwares unterscheiden. Nicht jede Software ist für jeden Fall geeignet. So gibt es zum Beispiel Softwares, die Steuererklärungen für Selbstständige ermöglichen und andere wiederum gar nicht, die dafür aber besonders einfach und nutzerfreundlich gestaltet sind. Manche Steuerfälle lassen sich auch überhaupt nicht per Software abbilden. Da seid ihr dann darauf angewiesen, das Ganze entweder selbst zu machen oder idealerweise mit einem Steuerberater. Für wen eignet sich also was? Alle Programme, die wir hier aufgeführt haben, könnt ihr benutzen, wenn ihr ganz normale Arbeitnehmer ohne sonstige weitere Einkünfte seid. Das kann jede Steuersoftware gut abbilden. Wenn du allerdings Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit hast, dann trennt sich hier ein wenig die Spreu vom Weizen. Denn das können nur die wenigsten von uns aufgeführten Lösungen. Dann stellt sich noch die Frage, ob du in Kryptowährungen investiert bist und hier Kapitalerträge erzielt hast, die du versteuern möchtest. Auch hier kann das ungefähr die Hälfte der Steuersoftwares. Das schauen wir uns aber gleich im Detail an. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal nach der Frage, für wen was geeignet ist, ist der Preis. Die Preisspanne geht irgendwo von 15 Euro bis zu 40 Euro. An sich werdet ihr euch mit dieser Software also nicht ruinieren. Den Preis haben wir in unserer Bewertungsgewichtung nicht so stark gewichtet, weil wir uns gesagt haben, dass alle Softwarelösungen eigentlich relativ günstig sind. Hinzu kommt, dass ihr die Ausgabe für die Steuersoftware im nächsten Jahr sogar noch steuerlich geltend machen könnt und bekommt dann so ganz grob geschätzt ein Drittel der Kosten wieder zurück. Im Vergleich zu dem, was euch die Software überbringen kann, nämlich eine deutliche Vereinfachung eurer Steuererklärung und vor allem die Motivation, diese Steuererklärung überhaupt zu machen, fällt der Preis also nicht stark ins Gewicht. Und wie gesagt, die günstigste Lösung ist ja die kostenlose Lösung über Elster, dann halt ein Ticken komplizierter. Übrigens, die Softwares, die App oder Web basiert sind, kann man in vielen Fällen sogar kostenlos testen. Ihr könnt hier schon mal eure ganzen Daten eintragen und das Ganze für euch durchsimulieren, um dann am Ende eine Schätzung zu bekommen, wie hoch eure mögliche Steuererstattung sein könnte. Und wenn die für euch zu niedrig ausfällt, dann könnt ihr auf den Kauf der Software verzichten. Und wenn euch das Ganze passt, dann könnt ihr die Steuererklärung einreichen und müsst erst mit dem Einreichen die Software auch bezahlen. Ein weiteres großes Unterscheidungsmerkmal ist die Bedienbarkeit und der Interviewprozess. Manche Softwares sehen wirklich super schön aus und helfen euch wirklich in ganz kleinen Schritten zur finalen Steuererklärung und manche sehen ein bisschen so aus, als wären sie im letzten Jahrzehnt stecken geblieben. Wenn wir also einen Ersatz für das Elster-Formular haben möchten, dann sollte das natürlich auch etwas schöner aussehen. Das Bewertungskriterium, wie schön die Bedienbarkeit ist und wie gut der Interviewprozess aufgesetzt ist, ist natürlich ziemlich subjektiv. Aber dieses Kriterium haben wir auch mit aufgeführt und benotet. Wenn ihr also nach einer günstigen Lösung sucht, die aber maximal bedienungsfreundlich sein soll, dann könnt ihr auch mal bei denen schauen, die etwas weniger gut benotet sind, dafür aber viele Punkte im Bereich Bedienbarkeit haben. Leider gibt es nur zwei Softwares, nämlich SteuerGo und SmartSteuer, die es dir ermöglichen, auch ohne einen Account anzulegen, die Software vorher einmal zu testen. Ich würde vorschlagen, springen wir doch gleich mal ins Screen-Tutorial, um uns den Vergleich einmal anzuschauen und auf verschiedene Kriterien einzugehen. Hier sehen wir zunächst einmal eine Übersicht der zwölf Anbieter, die wir hier mit aufgenommen haben, sortiert nach der Benotung, die wir diesen Softwareanbietern gegeben haben. Hier seht ihr zunächst einmal, wie der Preis dieser Software ist und jetzt möchte ich euch mal verschiedene Funktionalitäten zeigen. Eine sinnvolle Funktionalität finde ich den elektrischen Belegabruf. Hierbei kann die Software direkt auf Elster zugreifen und die dort bereits abgespeicherten Daten von euch einmal abrufen. Damit braucht ihr nicht nochmal bei Adam und Eva anfangen und alle Daten einzutragen, sondern vielleicht sind dort schon eure Einkommenssteuerdaten hinterlegt und die können dann direkt bei Elster abgerufen werden. Diese Funktionalität bieten mit Ausnahme von zwei Anbietern, nämlich Klartax und Wundertax, glücklicherweise alle Anbieter. Eine weitere nützliche Funktion ist die Datenübernahme aus dem Vorjahr. Das bedeutet, hier werden die Daten aus dem Vorjahr nochmal übernommen, wenn ihr denn dann schon eine Steuererklärung eingereicht habt und müsst im Endeffekt nur nochmal die alte Steuererklärung updaten und braucht auch hier nicht noch einmal von vorne anzufangen. Diese Funktionalität haben etwas weniger Anbieter, Klartax und Wundertax haben diese auch nicht, Taxfix und Steuer-Easy auch nicht. Eine weitere sinnvolle Funktion ist die Steuerbescheidprüfung. Hier wird nämlich geprüft, wenn dein Steuerbescheid kommt, ob die Daten, die dort drinstehen, auch die Daten sind, die du übermittelt hast. Also da gibt es also quasi nochmal einen kleinen Crosscheck für dich. Das ist natürlich besonders hilfreich, wenn du später Einspruch einlegen möchtest gegen deinen Steuerbescheid. Dann für die Finanzfuss-Community natürlich interessant ist, ob die Anlage KAP, also Kapitalertragssteuer, unterstützt wird oder nicht. Das ist bei allen der Fall, außer bei Taxfix. Und dann die eben angesprochene Unterstützung bei Kryptowährungen, also ob du deine Kryptoerträge dort mit berücksichtigen kannst. Das ist leider nicht bei allen möglich. Hier dann wie gesagt der Haken für Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit. Das ist möglich bei Smartsteuer, Visosteuer, Steuer2go, Lohnsteuerkompakt, Steuertipps, Steuersparerklärung und bei Wundertax. Dann eine meiner Meinung nach ziemlich unterschätzte Funktionalität ist die Suchfunktion, denn im Steuerdschungel kommt es häufig mal vor, dass man irgendwelche bestimmte Schlagwörter sucht, beispielsweise Handyrechnung und dann nicht genau weiß, in welches Feld man das Ganze eintragen soll. Und hier kann dir die Suchfunktion wirklich dabei helfen, dich direkt an den richtigen Ort zu bringen. Wenn wir nochmal hochscrollen, sehen wir hier unsere drei Top-Favoriten, nämlich Smartsteuer, Visosteuer und SteuerBot. Diese drei Lösungen sind unserer Meinung nach wirklich die umfangreichsten und unterscheiden sich nur in ein paar Punkten. Zunächst einmal bekommt ihr bei Smartsteuer hier nur eine Web-Oberfläche, also keine dedizierte App. Das finde ich persönlich aber in Ordnung. Dann bei Viso ist es so, dass ihr das Ganze nicht per übersichtlichen Interviewprozess haben könnt. Der ist übrigens meiner Meinung nach bei SteuerBot sehr, sehr schön gelöst, sodass ihr da wirklich sehr, sehr stark an die Hand genommen werdet. Dafür hat SteuerBot dann den Nachteil, dass ihr keine Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit hier einreichen könnt. Außerdem gibt es bei SteuerBot keine Suchfunktion. Übrigens positiv hervorheben möchte ich nochmal SteuerEasy. Ich pinne das mal an, um das hier zu vergleichen mit unserem Testsieger, denn bei SteuerEasy habt ihr den Vorteil, dass er wirklich weniger als halb so viel kostet, wie hier unser Vergleichssieger. Wenn ihr also einfach nur eine Lösung ohne allen möglichen Schnickschnack wollt, die euch einfach nur dabei unterstützt, die Steuererklärung einzureichen, dann ist Easy-Steuer vom Preis her sicherlich eine sehr gute Lösung. Alternativ könnt ihr euch auch mal Klartax und Quick-Steuer anschauen, wenn ihr wie gesagt möglichst Geld sparen möchtet. Die kosten nämlich gerade mal knapp 20 Euro. Das war soweit auch schon mal unser Vergleich. Alle Softwares, die wir hier mit aufgenommen haben, sind sehr gute Steuersoftwares. Ihr könnt damit also nichts großartig falsch machen, wenn ihr euch zum Beispiel schon für eine Software entschieden habt und euch an das Interface gewöhnt habt, dann bleibt bei dieser. Wenn ihr da allerdings neu dabei seid, dann könnt ihr euch auf jeden Fall mal SmartSteuer oder Viso-Steuer anschauen oder auch gerne SteuerBot, wenn ihr es möglichst einfach haben möchtet und einfach über das Handy einreichen wollt. Im Video letzten Jahr hatten wir auch ein kurzes Tutorial zu SmartSteuer, wo wir gezeigt haben, wie das ganze Interface aussieht. Ich verlinke euch unten in der Videobeschreibung nochmal das Video, wenn ihr euch das Ganze einmal anschauen wollt. Ansonsten das Wichtigste ist nicht die richtige Software zu finden, sondern das Wichtigste ist wirklich die Steuererklärung einzureichen, denn damit spart ihr in den meisten Fällen tatsächlich bares Geld. Das war es soweit auch schon von mir. Alle Links findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.